Und ich vermute mal, dass hier dann Ende Gelände ist. Es sieht zumindest sehr danach aus. Okay, das ist gar nicht so blöd. Dann sind wir hier nämlich auch fertig. Dann haben wir quasi eine kleine Schatzkammer entdeckt. Wenn wir es so formulieren wollen. Wobei ich da jetzt eigentlich schon fast reinbrechen muss, so viel Kohle wie da ist. Könnte da noch mehr sein. Also, nicht weil da viel Kohle wäre, sondern weil da einfach Kohle auf einem Fleck war. Zwar nicht wenig. Das heißt, es könnte sich hier wieder um so ein kleines Kohlefeldchen handeln. Das man natürlich mitnehmen möchte. Genau. So. Dann gehe ich da noch ein bisschen rein. rüber, 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 rein, 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 numm, die dumm, rüber und nüber. So, okay. Da wird es jetzt wahrscheinlich erstmal keine weiteren Kohlen der Kohlefelder geben. Ähm, ich habe schon wieder Hunger. Aber das ist jetzt gerade egal. Ich trabe mich hier gerade mal ein bisschen durch das Ding zurück. Durch den Schotter. Oh, ich sehe hier schon wieder was. So. Nehmen wir aber erstmal den ganzen Schotter mit. Und dann graben wir mal in diese Richtung. Das müsste Eisen sein. Toll. So. Eisen. 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 So. Und dann will ich noch drei in die Richtung. Einfach, weil hier wieder einige Eisen auf einem Haufen waren. Und ich einfach nur sicher gehen will, dass es nicht zufällig eine größere Ader ist. Zwei. Na, seht ihr es? Okay, ich bilde mir was ein. Ich glaube, ich knalle hier mal eine Fackel hin. Zack. Nein, ich bilde mir nichts ein. So, die nächste Axt. Genau, das meinte ich nämlich. Eine kleine größere Ader. Äh, Ader. Genau, Ader. Einfach ein bisschen Eisen, dass da Halt vorkommt. So. Deswegen graben wir halt einfach ein bisschen mehr in diese Gegend. Na, komm. So. Immer ganz gemütlich graben. Dummdi-dumdi-dum. So, wie lange spiele ich denn eigentlich? Oh, zwei Stunden. Das ist aber cool. Das ist echt cool, weil das macht gerade total Laune. Muss ich sagen. Ich hoffe, euch macht es genauso viel Laune. Ähm, ich gebe euch recht natürlich, dass ich jetzt ein paar Monster vielleicht mir besorgen sollte. Okay, dann würde das vielleicht alles ein bisschen spannender werden. Vor allem für euch. Für mich würde das wahrscheinlich ein bisschen bluhhhh werden. Okay. Das sieht erstmal in Ordnung aus. Ich gehe vielleicht noch auf zwei in diese Richtung. Zack und zack. Äh, ernsthaft? Zack. Ernsthaft? Das Ding sieht doch schon fast künstlich aus. Da. Okay. Ich weiß, dass ich da jetzt nicht mehr ohne weiteres hochkomme. Aber das sieht einfach so künstlich aus, dass ich mir das angucken muss. Okay, da ist Ende. Da ist auch Ende. Da ist auch Ende. Ich mache mir, ich baue mir jetzt gerade mal einen Rückweg. Einfach der Sicherheit halber. So. Hier ist weg. Da ist weg. Da ist weg. Das hier gibt quasi meinen Weg zurück. Zack. 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 Da ist jetzt natürlich eine Nische. Das ist jetzt aber eigentlich egal. Da setzen wir dann einfach einen Klotz rein. So. Hier ist ein Klotz. Oh. Ich wollte einen Klotz reinsetzen und kein, äh, zack, zack. So machen wir das. Gravel, Gravel. Also Schotter. So. Block. Spitzhacke. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Du kommst weg. Du und du auch noch. Ja, und dann ist eigentlich nicht mehr so wichtig. Bam, bam. So. Geht's hier wieder hoch. So, hier oben geht's quasi wieder raus. Und da hinten, das müssten diese Treppendinger sein, ne? So. So. Habe ich wieder ein bisschen an meinem Mikrofon rumgeknackt. So. Zack, zack. Zack, zack. 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 Sollte passen. Wunderbar. Geht's hier wieder durch. Dann mache ich das doch aber so. Dass ich hier wirklich aufmache. Und hier die Fackel vielleicht dahin knall. Und dann dich wieder weghack. So. Fluff. Ähm. Ja. Ah, okay. Hier ist der Spaß. Klick. Hier geht's dann wieder zurück. Da geht's wieder zurück. So. Das heißt, da knall ich auf jeden Fall so einen hin. Tack, tack. Hier raus. Zack. 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 Okay. Gut. Habe ich noch Treppchen? Treppchen habe ich noch. Das heißt, hier bauen wir gleich Treppchen. Fluff. 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 Okay. So viele Treppchen habe ich dann doch nicht mehr. Spitzhacke brauche ich auch noch welche eh. Und hier brauche ich noch eine. Und hier brauche ich noch eine. Du kommst dann nach vorne. Und dann packe ich doch mal die Stäbchen weg. Und fange an, mal so ein paar kleine Treppen zu bauen. So. Tack, 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 tack. Das waren jetzt vielleicht wieder viel zu viele. Beziehungsweise vermutlich. So, die Schaufel packe ich auch mal weg. Die brauche ich gerade vermutlich nicht. Ähm, hier die Hälfte. Naja, komm. 48 Steintreppen sind jetzt erstmal genug. So. Gehen wir hier wieder hin. Ah, hier ist alles in Ord. Ah, nee. So. Hauen wir das so. Dann ist nämlich sicher. Okay, alles klar. Kann ich hier hin. Oder. Ja, komm, was soll das? Machen wir das so. 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 Äh, ja. Da stehe ich im Weg. So. 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 Und so. So, das heißt, hier kann ich einfach hochlaufen. Dumm, dumm. Ah, natürlich. Wie immer. So. Dann geht's hier einfach hoch. Ähm, dann setze ich dich aber andersrum rein. Dann komme ich nämlich einfacher hoch, wenn ich von hier unten komme. Zack. So, wenn ich von da hinten komme. Eher nicht, aber es gibt für mich eigentlich keinen Grund mehr, warum ich nach da hinten sollte. So, dann laufe ich hier einfach hoch. Zack, zack, zack. Geht's hier rüber. Spring ich hier rüber. Zack, zack, zack. Komme ich hier hoch. Und da hoch. So. Und so. Genau. So, aber da hinten sind wir ja noch gar nicht fertig mit Erkunden. Das ist es ja. So. Aber hier will ich dann quasi auch einen Ausgang haben. Kann ich nämlich dann im Prinzip auch so raus. Und zum Reinkommen ist es sinnvoll. Zum Rausgehen weiß ich jetzt nicht. Zum Raus renne ich wahrscheinlich einfach da die Treppe hoch. Aber ich kann dann auf jeden Fall auch hier hoch. So, und dann ist hier eigentlich auch schon klar, wo es lang geht. Wobei ich hier das Eck wegnehme. So. Dann haben wir da nämlich quasi einen direkten Aufstieg. So. Gut, das ist echt sehr schön. Da kommen wir dann quasi tief hier runter. Der Rückweg ist gesichert. Und wir können hier schauen, wo es weiter geht. Und dann wird hier Zeit wieder für eine Fackel. Bam. Bam. Okay, da ist erstmal gar nichts. Ich denke, ich nehme dich mal weg. Und dich mal weg. Und dich mal weg. Dann kommst du hier weg. Du kommst hier weg. Dann bin ich hier. Hier. Und schön unten. Da ist Kupfer gewesen. Schätze ich mal, dass es Kupfer war. Fluff. Uiuiui. Also. Machen wir hier mal erst eine hin. Also irgendwie, ich finde das cool. Tut mir leid. Ich finde es echt cool hier gerade. Wir nehmen natürlich das Kupfer mit. Ja, der Kupfer ist ein ganz kleines bisschen heller einfach. Und Kupfer. Die mache ich auch weg. Und Kupfer. So. Auch Kupfer. Da hätte ich es jetzt aber nicht gesehen. Das hätte ich jetzt für Eisen gehalten. Wobei jetzt, wo ich es genauer angucke, es ist schon ein bisschen heller als Stahl. Oder Eisen. So. Machen wir die auch weg. Dann können wir nämlich hier wirklich reinbrechen. So. Und dann sehen wir nämlich auch gleich, ob hier unten auch noch was ist. So. Zack. 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 Und zack. Da oben sehe ich schon Kohle, aber die Kohle, die ist mir gar nicht so wichtig. Der Vollständigkeit halber machen wir hier noch ein Dreierfeld drumherum. Einfach weg. Um dann eben zu sehen, ob es da was zu entdecken gibt. So. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Das ist es das,